Takiya. Ich habe diese Takiya in Stirnform gehäkelt. Sie passt für Kopfumfang 53 bis 55 cm und ist 16 cm hoch. Ich kann es natürlich auch nachmessen. Das ist immer das Beste. Wir messen vom Rand bis im Idealfall. Faltet man das einmal, dann kann man ganz genau die Länge der Takiya messen. Also hier sind es 17 cm und die Takiya passt, wie gesagt, Kopfumfang 53 bis 55 cm. Beim Übergang habe ich versucht, möglichst nahtlos zu arbeiten. Man sieht an einer kleinen Stelle, was hinten ist. Und das ist hier. Aber ansonsten sieht man kaum eine Naht. Das ist also hinten. Der Preis für diese Gebetsmütze aus Baumwolle beträgt 5 Euro und ist zu erwerben. in Friedrichshafen bei Shams Boutique. Bitte beachten, dass... Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten. www.shams-boutique.de Dort finden Sie unsere Öffnungszeiten. Sie können auch gerne einen Termin vereinbaren. Um sicher zu sein, dass ich dann vor Ort bin. Baumwolle. 5 Euro Handarbeit. Ebenfalls waren es dabei. Im anderen Design. Hier sieht man, dass alles zu ist. Nur oben ein kleiner Stern rausläuft. Hier ist die Höhe 18 cm und die Passform 55 bis 58 cm. Weil es ein bisschen dehnbar ist. Also von der Verarbeitung eigentlich genau umgekehrt. Der Stern ist offen und der Rest ist zu. Auch hier handelt es sich um Baumwolle. Auch hier wurde versucht, jetzt habe ich gleich den Übergang. Wurde versucht, ein möglichst unauffälliger Übergang zu machen. Diese Stelle ist dann hinten. Und die Mütze ist dehnbar. Etwas dehnbar, nicht zu sehr. Bitte beachten Sie das Baumwolle immer gerne beim Waschen etwas ein. Und die Mütze einläuft. Passform. Sichere Passform von 55 bis 58 gedehnt. 60 cm. Höhe 18 cm. Und hier ist der Preis dann 6,50 Euro. Material und Zeitaufwand sind doch höher als bei der ersten. Sie sehen ja deutlich den Unterschied von der Verarbeitung. Beim Kauf von mehreren Gebetsmützen gibt es einen Rabatt von 10 cm. 11 cm. 11 cm. 11 cm. 11 cm. 11 cm. 11 cm. 12 cm. 12 cm. Vielen Dank.